... Ach, jetzt ist es eine uncoole Sache, ja? Aber das macht ja nichts, weil... ...Tadada! Wir haben Liddy! Er hat vorher nochmal geschrieben, wir haben mich! Wir haben mich... ... Ich hab das doch irgendwo hin kopiert, ne? Ja, natürlich! Ich tue mir das am Anfang, wenn wir das machen, dann mach mal so. So, fahr' mal hin. Los geht's! Alle die Döten! Fahr'n hier, bitte, 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 bitte hier. Wo ist die hier? Ja, du musst uns das auch schon sagen, Tilli. Die Döten! Wo fahr'n wir denn hin? Wo ist denn Lindsay? Da. Ich fahr' zum Bahnhof. Gut, ich komm' mit zum Bahnhof. Ach, mein' ich doch. Nö, ich wär' schon von hinten angeschossen. Von den eigenen, oder? Ja, der D1. Dann glaub' ich nicht, dass die auf'n Bahnhof fahren. Die fahr'n um die Burg. Oh, guck' mal, MFG! MFG, MFG! Ich steh' nicht hinter dir und du bist kaputt. Ich bin nicht kaputt. Ja, ich... Och, sag' nicht, du fährst zum Hill! Oh, da sind alle böse. Alle sind böse? Haha, ja. Wieso sind die böse? Ja, da kosten die zwei, ja. Also, ich bin in der Schlacht der Gasse. Haben wir schon gesehen? Ja. Haben wir schon gesehen, Sascha. Tja, ging voll durch ihre Panzer rum. Nicht nur du. Ja. Och, Aniko. Ja, die kommen jetzt, Ali. Brechen durch, gefühlt. Gefühlt, aber auch nur gefühlt! Ja, gefühlt. Ja, gefühlt. Ja, ich mach' schon. Fast weg. Oh, jetzt hab' ich mich grad... Ich wei' dich noch auf. Und jetzt hab' ich zurück. Ich dreh' durch. Mann. Ey, so kann ich auch kein Zubi gewinnen. Kette beschädigt. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Kette wurde getroffen. Runde nachher... Jeden Moment reißen. Runde nachher mal weiter machen. Ja, nein. Du Pferde, du. Wir haben sie böse erwischt. Oh, ich bin auch mal bequert. Och, Mann, ey. Was musst du? Der war mit 6 bis 7. Scheiße. Hilfe? Du warst noch raus. Komm nur vor? Ja, aber ich hab' ja geschossen wie ein Großer. Ja, wir hatten neun Damage gemacht. Ey, ich kann auch nicht sagen. Mit Gold. Ich hab' nicht mit Gold geschossen. Trotzdem hab ich sie rausgenommen. Wirkungstreffer! Ey, ihr müsst' den D-Maß. Mach' das doch mal raus. Hili schießt'n Mojo tot. Hili schießt'n Mojo tot. Hilfe! Witsi! 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 Es schießt'n Mojo! Witsi! Witsi! Fals! Es hat auf dich geschossen! So ist die Aussage! Ich bin kaputt! Anigo, mach die Blatt aus! Immerhin hab' ich ihn gekriegt! Ich hab' dich aber auch getroffen! Zweimal! Mach's doch nicht! Du hast mich nicht umgebracht! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Na, MFG schon! Schalten wir mal auf Langer um hier, ne? So, jetzt Dreier oder? Ich bin noch im Spiel! Ich hab' auch keinen Dreier! Anigo ist noch im Spiel! Ach, Andreas ist noch wieder! Der hat sich wohl ein bisschen lang gefahren! Ich bin gleich wieder da! Wie, ihr habt da drüben schon fertig? Ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, Andreas ist bei uns auch unterwegs! Ist bei ihm mit dem T1 immer so, oder? Anigo auch! Ist immer der Letzte! Also, wir hatten wenigstens schon mal drei Kills! Und ihr? Ich hab' zwei Raks getötet! Wir haben auch drei Kills, ja! Anigo zwei! Ja, guck an! Ich hab' auch nen Kill! Ja, sind drei insgesamt! Das ist so, der mir jetzt entgegengefahren ist! Ja, das ist doch gut, Anigo! Das ist ja toll! Ja! Mario, was war bei dir kaputt? Der Panther! Ich hatte so wenig Sprit drin, ne? Ja! Letzte Runde für mich, dann hat man hier drüber! Oh, ich bin hier irgendwie festgeklemmt! Okay! Okay! Linsy schießt mit APCR! Der schießt immer damit! Und aber zu uns sagen, wir müssen ja Kohle haben, ne? Hast du das noch nicht verstanden? Ja! Also, mit einem Dreier kann ich nicht! Ne, dann müssen wir nochmal eins machen! Na, na, mit einem Dreier! Carsten, wie sollst du denn kein Dreier? Ja, also da muss ich ja mal sagen, da bin ich ja froh! Wen habt ihr? Daddy Ketchup! Daddy, Daddy Ketchup! Hä? Wo ist der denn? Über dir! Den haben wir, nicht ihr! Ja, ihr! Ihr! Ja, du hast gesagt, den haben wir! Ja, als Gegner, Entschuldige! Daddy Ketchup! Über dir! Entschuldige! Danke! Respekt! So, es passt jetzt klar, dass ich die gleiche Scheiße muss nochmal machen? Passt! Ne, sie fährt jetzt direkt über den Hügel! Ja, du stirbst direkt! Gehen sie nicht nur los, sterben die Leid! Wer fällt denn hier ne Theke? Ich hab mein Teekessel! Mein Teekessel ist gut! Teekessel? Teekessel! Ne, der will jetzt nicht extra hier, der will jetzt nicht hier stehen, oder? Der Vollidiot von T18! Was machen wir denn jetzt in dem Gefecht? Sterben oder was? Ja! Wieso? Weil wir drei Gefechte sind die einzigen Zweier! Ziemlich! Ja, einer zu geben sind vier Zweier! Zwei davon sind hier! Ach, da bist du! Ich stelle mich hier hinten an der Ecke und stinke! Onze Okay, nein, ich schweine noch mal rein! Auch dir ist toll! Das ist mögliche! Was ist das? Das ist mögliche! so mfg wo bleibt ihr achten komm ich warte auf dich ja dann warte mal ein bisschen ich wollte diesmal nur länger leben wie die anderen ich warte mal ein bisschen wenn du jetzt durchkommst kann ich dich holen ja dann komm mal fahr mal schon los krieg ich das schon mal rein bereit zu feuern ne äh was recht aber ist noch irgendwie eine ltp ne ja der steht hinterm felsen ich hab mir jetzt was überlegt na darfst du kommst jetzt nach rechts dann ach guck mal lieber hinter dir wo ist denn hinter mir positionen hinter dir steht doch Mario ahhh ey das ist unfassbar ich bin abgetreut was an die kuchen mit der BK Strat ja Base Camper Base Camper Base Camper Base Camper bin ich in der Base der hat eigentlich die T1 hier hoch gelassen was sagt die aufm hügel oder wat war gar ganz blöd gefragt Linzi ich nicht ich nicht aber ich bin nicht durch wenigstens hast du es kaputt gemacht dankeschön schiebe ich eigentlich drückst du den Panzer 2 rein übrigens steht die Ani hier der hat nur noch Struktur Mario steht da ja ja ist ok ist ok ist ok du stehst nirgendwo mehr ok Tilly bist du schon kaputt? jo ja ist doch geiler da hab ich auch so unterliegen ehhh ne ich hab den Captain ich los ja lass mal unter den Wald jetzt nicht ich will man sollte vielleicht öfters mal gucken ob da so komische Lila ne im Gegend hat ich jetzt jetzt jo wo ist der Sture vollkommen weg kommen von überall Pippe oh oh sind die blind oh ja schieß doch nicht was fährt Carsten überhaupt da ist er was fährt 18 ist nicht ach da ich bin schon ganz woanders die könnte überhaupt nichts Carsten ich glaube aber mit dieser Scheich kann hinter dir hinter dir oh Mensch nun mach mich doch nicht ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Die können wir alle nicht. Also Carsten, wie du sagst, noch mal zu jemandem, der soll auf die Minimap gucken. Ich hab nur einen Zahlenmeister gesehen und mein Problem ist, dass ich den T-18 ewig nicht gefahren bin. Und ich komme mit diesem 1-Zielen, mit diesem Kackpanzer nicht klar, weil entweder überweg zielen oder unterweg. Ich weiß immer nicht... Überweg und unterweg? Ja, doch, doch, doch. T-18 mit diesem... Sind sie auch schon hinüber? Ja. Ja, da war so ein FT-BS. Wenn ich jetzt da irgendeinen Besten-Dön-Tino... Ich wünsche euch eine gute Nacht, ich bin weg. Ja, eine gute Nacht, ciao. Wie war das noch? Mit der T-18-Kanone musst du, je weiter du weg bist, je höher zielst du, oder? Ich bin auf die Fabrik neu, da. Oder muss ich tiefer ziehen? Oh, 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 oh. Du musst grundsätzlich auf den Gegner zielen. Nein, aber beim T-18 mit dieser Hohwitzer musst du eigentlich, ähm... Alter, was machst du denn da? ...höher zielen. Dann kommen diese und schlagen ein und dann platz... Ja, das sieht das aus. Das ist auch recht. Der LTP noch, ne? Welcher? Wie viel hat der noch? Ja, ich weiß nicht, welcher das jetzt... Warte mal. Der wird nicht einmal angezeigt. Der war da recht hinten. Da ist er! Ja, 17. Und jetzt hat die Muschi auch noch zwei Abschüsse durchdreht durch. Noch eine. Pass auf, Aniko. Also das gibt's ja bei dem nicht, ne? Noch nicht, oder? Mario hinter dir! Ja. Der ist vor mir. Ich muss noch zurückfahren. Dann muss ich aber nochmal zurückfahren. Nein, das Wrack vom Castle ist hinter dir. Also, ich hab nur noch ein HP übrigens, ne? Der ist weg. 769 Schaden hab ich schon. Aber der ist weg, da brauchst du nicht mehr hinfahren. Und da ist noch eine, noch LTP. Oh Mario, holst du jetzt. Ja, du mir, jetzt zieh ich das auch. Der andere war... Äh, Aniko, pass auf. Rechts von dir. Der ist noch ein T18. Wie ist hier oben? Ja, ne, das meine ich nicht. Aber ich seh die Namen ja nicht. Pass auf, der kann dich nicht mit einem Schuss rausnehmen. Du lenkst ihn ab und ich baller ihn weg. Okay. Ich dachte, du gibst den Ball. Ach, hat sich schon erledigt. Ja, warte, wie das? Das ist die Spiel. Arti, glaub ich. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt hol ihn dir. Komm wieder und nicht ran. Die Fenner legst weg. Komm, wir Captain Anniko. Der hol ab. Komm, der ist so fast tot, ja, du mit dir. Der fährt so ein Bunker, da. Jetzt kommt auch die zu. Der ist so fast tot, nein. Was der Medium? Ja. Ja, ich aber auch, ich hab nur noch einen HP. Der Anniko kriegt den, der hat, ja, ich hab auch noch geschossen müssen. Wo ist das denn? Ja, ne. Na, der andere weiß ja. Auf der Insel. Der hat, ja, beim Leuchttur. Der hat, ja, beim Leuchttur. Der hat, ja, beim Leuchttur. Der ist links von dir. Der war links von dir. Ich hab mein Krieger in 3. Ja, sehr schön. Los. Los, noch eins. Ne, ich bin raus jetzt. Ich mach jetzt auch Schluss. Oh. Was sagst du? Lange? Das sind 3, ergeben. Viel luck. Untertitelung des ZDF, 2020